Draußen bin ich nur noch mit der Hyundai Sunny Boy unterwegs, denn diese Brille bringt mir das Extra Plus an Action. Clou an der Sonnenbrille ist die versteckte HD Videokamera. So habe ich die Hände frei und kann trotzdem spektakuläre Videofilme drehen. Ideal für Sport, Action oder Freizeitaktivitäten. Außerdem schießt die Sunny Boy per Knopfdruck klasse Fotos. Reine Audioaufnahmen sind auch möglich. Für Moduswahl und Aufnahmestart stehen zwei Buttons bereit. Eine LED zeigt an, ob sich die Brille im Film, Foto oder Audio Modus befindet. Die Daten speichert die Sunny Boy auf Micro SD-Karte. Zum Auslesen schließen sie die Sunny Boy einfach per Kabel an den PC an. Robustes Brillenetui, Netzstecker, USB-Kabel und Brillenputztuch gehören zum Lieferumfang. Die Hyundai Sunny Boy ist ein echter Teamplayer. Coole Optik, geniale Funktion. Genau das Richtige für Sportskanonen.